So, und was unsere Schalte nach Kairo betrifft, geben wir nicht auf. Ich rufe noch einmal Alexander Stenzel in Kairo. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, es geht natürlich um die Flüchtlingspolitik, es geht aber auch um mögliche wirtschaftliche Hilfe. Nun gibt es ja den sogenannten EU-Türkei-Deal. Es gibt einen Versuch einer Vereinbarung mit Libyen. Wird es jetzt möglicherweise zu einer Art EU-Ägypten-Deal kommen? Das ist denkbar, aber das ist noch zu früh. Kanzlerin Merkel will ja erstmal ausloten, was mit Ägypten überhaupt vereinbart werden kann. Ganz wichtig ist dabei der Punkt, dass die ägyptische Regierung den General Hafta in Libyen unterstützt. Der wiederum ist gegen die Einheitsregierung in Libyen. Und solange Libyen ein gespaltenes Land ist, kann es da auch mit einem Küstenschutz nicht wirklich funktionieren. Das heißt, die Flüchtlinge werden weiterhin über Libyen flüchten. Und Kanzlerin Merkel wird wahrscheinlich versuchen, dahingehend auf die ägyptische Regierung Einfluss zu nehmen, dass sie positiv auf die libysche Politik einwirkt. Aber es geht natürlich auch perspektivisch darum, dass, falls mal der Küstenschutz funktionieren sollte in Libyen, dass da nicht eben über Ägypten, also sozusagen der Flüchtlingsstrom über Ägypten wandert und die Flüchtlinge dann über Ägypten nach Europa kommen. Und der Präsident Sisi wird natürlich im Gegenzug erwarten, dass die Bundesregierung wirtschaftliche Hilfe dem Land zukommen lässt. Denn Ägypten ist in der schwersten Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten. Die Währung ist abgestürzt, hat nur noch die Hälfte der Kaufkraft. Die Inflation liegt bei 30 Prozent. Kanzlerin Merkel hat im Vorfeld gesagt, dass das Land sehr instabil ist, vor allem ökonomisch. Und perspektivisch gesehen besteht da natürlich die Gefahr, wenn es weiterhin ökonomisch bergab geht im Land, dass dann natürlich möglicherweise auch viele Ägypter nach Europa fliehen möchten, weil sie hier einfach keine Perspektive mehr haben. Also das zweite große Thema, Sie haben es angesprochen, wirtschaftliche Hilfe für Ägypten. Das Land braucht technologische Unterstützung. Wie viel passiert denn da schon konkret im Alltag? Ja, es gibt Großprojekte natürlich. Der Suezkanal, die Kapazität wurde verdoppelt. Aber die Schiffe, die sind da allerdings ausgeblieben. Also der Verkehr hat nicht zugenommen. Die Einnahmen sind dadurch nicht größer geworden. Siemens baut hier gerade Stromkraftwerke auf, ich glaube, in der Größenordnung von 6 Gigawatt. Das entspricht in etwa einer Leistung von vier großen Atomkraftwerken. Das ist sehr viel und das ist auch sehr wichtig für das Land. Wenn das Land mehr produzieren möchte, braucht es natürlich auch mehr Strom. Aber insgesamt besteht das Problem darin, dass Ägypten viel mehr importiert als exportiert. Die schwächere Währung jetzt bedeutet natürlich auch, dass die Waren, die ägyptischen Waren, die exportiert werden, günstiger werden. Und insofern wird der Export wahrscheinlich etwas steigen. Aber insgesamt reicht es nicht aus, um das Land wirtschaftlich nach vorne zu bringen. Das heißt, Ägypten wird auch in Zukunft von wirtschaftlicher Hilfe weiterhin abhängen. Man spricht alle Welt von neuen Technologien, von Digitalisierung. Und wenn man den Alltag in Ägypten sich ansieht und auch unsere kleine Fernsehschalter ist ja vielleicht dafür symptomatisch, dann ist man davon ja noch weit entfernt. Ja, das ist richtig. Es liegt auch sicher daran, dass insgesamt der Bildungssektor in einem katastrophalen Zustand ist. Es gibt einfach zu wenig Fachkräfte hier, zu wenig Hochschulabsolventen, die auch wirklich qualifiziert sind. Das ist der ägyptischen Regierung auch bewusst, dass sich da etwas ändern muss. Aber faktisch ändert sich im Bildungsbereich im Grunde genommen seit Jahrzehnten nichts. Und wenn da nichts passiert, kann das Land auch nicht wirklich vorankommen. Und die Menschen insgesamt, muss man sagen, stehen wahnsinnig unter Druck. Also wenn ich hier mit, egal mit wem ich eigentlich hier rede, mit Taxifahrern oder in einem Supermarkt mit den Angestellten, die Menschen sind wahnsinnig unzufrieden, weil die Löhne eben mit der Inflation nicht mithalten können. Und sie sagen, das Leben jetzt ist im Grunde genommen schlechter als unter Mubarak. Sicher nicht, was die Menschenrechtssituation anbelangt. Die hat sich deutlich verschlechtert. Diese Situation will auch die Bundeskanzlerin natürlich ansprechen, dass auch die deutschen Stiftungen, Konrad-Adenauer-Stiftung, zum Beispiel Friedrich-Ebert-Stiftung und andere, auch wieder hier im Land arbeiten können, was derzeit praktisch schon möglich ist. Die Kanzlerin will auch ansprechen, dass das Land weiterhin Reformen anstoßen muss, dass auch die Menschenrechte gewahrt werden. Und die Frage ist natürlich, ob die Regierung das dann auch tatsächlich tun will, weil sie hat sich komplett im Grunde genommen dem Kampf gegen den Terror verschrieben und sagt, aus diesem Grund könne man da auf bestimmte persönliche Rechte eben nicht Rücksicht nehmen. Deswegen gibt es ein absolutes Demonstrationsverbot. Und Streiken ist eben auch verboten, wobei es immer wieder zu Streiks kommt, weil eben die Situation in der Industrie, in den verarbeitenden Gewerben auch sehr schlecht ist, die Löhne zu niedrig sind, die Arbeitsbedingungen zu schlecht sind. Aber man nimmt den Menschen hier im Land einfach die Möglichkeit, ihre Meinung, ihren Unmut öffentlich zu äußern. Alexander Stenzel, vielen Dank für die Informationen aus Kairo. Alexander Stenzel, vielen Dank.